Dieses Video wird durch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit BoostBox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystore-Linie gewinnen, den Sir Keystore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren malerischen Folge Sons of the Forest. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Wenn ihr mich supporten wollt, bewerten, kommentieren, gerne eure Ideen und eure Tipps in die Kommentare schreiben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, dass ich hier das GPS auch größer und kleiner machen kann, was super nützlich ist. Also großes Dankeschön für den Tipp. Irgendwie nicht realisiert. Mausrad drücken und dann kann man hier so rein- und rauszoomen. Sehr, sehr geil. So, das ist unsere neue Location und K-Fat kann unter Wasser laufen. Alter, der Typ ist eine Maschine. Der Typ ist einfach eine Maschine. Wie der verdammte Terminator läuft er hier durch. So, ich brauche auf jeden Fall eine Behausung. Und wir wissen, dass er nicht sehr gut ist darin, eine Baumhütte zu bauen. Das kann er nicht. Das kann er einfach nicht. Ein Beobachtungsturm. Das klingt mir auch cool. Was ist das denn hier? Der Anbau. Boah, das Ding ist aber groß. Das wäre dann so der erste Teil von der Hütte. Uff, passt hier gar nicht hin. Ah, kann man eigentlich Türen und sowas auch bauen? Warte mal, haben wir sowas wie freies Bauen? Was haben wir denn hier? Also hier ist Unterkünfte. Beobachtungsturm. Das ist die Plattform für den Baumunterstupf. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier sowas wähle, so ein Baumhaus, dann wird der mir das kaputt kloppen, ne? Möbel haben wir hier. Holzbank. Und so weiter und so fort. Aber ich habe keine Tür, interessanterweise. Ich kann nur so ein Fertighaus bauen. Das hat Fenster und Tür. Warte mal, Modus wechseln. Vielleicht ist das auch irgendwie da drüben drin. Äh, was ist das hier? Treppe. Ah, hier ist das mit drin. Hier baue ich eine Mauer. Seilbrücken. Ich verstehe. Feuerholz. Können wir auch zerhacken. Zelte. Einfaches Feuer. Ein verstärktes Feuer. Eine Schädellampe. Super wichtig. Braucht man unbedingt. Boah, was hier alles geht, ne? Einfacher Boden. Ach, und dann hier das Holz. Ey, das ist super. Okay, das ist wirklich super. Das geben wir ihm. Ah, und hier ist eine Tür. Ja, dann könnte man ja wirklich einen Anbau machen und später noch Fenster und Türen vielleicht reinhämmern wollen. Weißt du was? Ich mache es einfach mal. Der Mann, der rodet jetzt hier für uns die komplette Natur weg. So sieht das Ding aus. Das ist der Anbau. Und dann hätte ich halt vor, einfach, wenn ich das hier, das ist sozusagen die Rückseite von meinem Haus, dann hätte ich einfach vor, das zu connecten. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich denke schon, weil ein Anbau lässt es hier irgendwie erschließen. Ja, okay, fett. Boah, ist das Spiel schön oder ist das Spiel schön? Ich finde es schön. Baue. Konstruktionsabschluss. Ja? Hast du verstanden? Gut. Guter Mann. Dann leg mal los. Mach dein Ding. Mein Segen haste. Und wir sind eigentlich ziemlich gut ausgerüstet, würde ich jetzt mal behaupten. Wir ziehen mal los. Wir lassen ihn mal jetzt hier schuften und gehen mal zu dem Ausrufezeichen hin. Moment, wo bin ich denn jetzt? Mach mal die Karte groß. Da hinten will ich hin. Das ist der große Masterplan, aber hier ist ein Ausrufezeichen. Aber haben wir das nicht gelootet? In der letzten Folge? Verschwinden die nicht? Das wäre nämlich ziemlich doof, wenn die nicht verschwinden würden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die verschwinden. Doch, das haben wir gelootet. Das war doch die Leiche. Die hier runter hing. Aber es piept wieder. Haben wir da nicht die Taschenlampe gefunden? Piep, 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 piep. Nee, Moment. Ich bin... Das ist was anderes, oder? Das scheint was anderes zu sein. Und jetzt will ich noch ganz schön rausfinden. Spawnt hier alles wieder. Weil hier waren wir definitiv. Hier waren wir definitiv. Hier haben wir nämlich die Axt gefunden. Die bessere. Jo, spawnt anscheinend wirklich alles wieder. Also du kannst dich hier immer wieder ausstatten mit Kram, Limos. Die Ernährung in The Forest war ja eh schon immer großartig. Oh no. Oh no. Ja, okay. Das ist dazwischen gerollt. Das kam jetzt... Ja. Ja. Ich hab sogar noch einen Vogel getötet. Alles ist gestorben. Äh... Der hier ist gelootet? Nee. Der schon. So. Ja klar. Wenn's schon hier rumliegt, ne? Mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Leuchtfackel mitnehmen. Leiche von irgendeinem Dude mitnehmen. Cool, dass man die aufschlagen kann. Ich hab immer eh gedrückt gehalten. Aber die Dinger kannst du auch einfach aufprügeln. Ist natürlich super mega praktisch. So, hier noch eine kleine Biere genascht. Dann gehen wir hier mal hin. Ich meine, wir wären schon dort gewesen. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Oder auch das kann man immer wieder looten. Aber ich hab eh keine Ahnung. Für was wären dann die... Die GPS-Sender gut. Also einer hat mir geschrieben... Du kannst der dreibeinigen Lady einen zustecken. Ja, das war doch die Leiche. Ja, da ist sie. Du kannst auch wieder einsammeln. Einsammeln. Aber jetzt ist er verschwunden. So, wir wollen da hinten hin. Da... Der Punkt, den wollen wir untersuchen heute. Kayfet arbeitet ja im Lager. Der macht ja hier... Hoffentlich den Anbau fertig. Und dann machen wir die Böden. Und machen uns da so eine richtig schöne Hütte. Wo wir uns stolz reinsetzen können. Und dann die Natur, die wir natürlich davor... Sorgfältig zerstören. Beobachten können. Und so weiter und so fort. Allgemein werde ich ja eh dauernd hier beobachtet. Von irgendwelchen Psychokannibalen. Easy, Kumpel. Atme durch. Mach dich nicht fertig. Bis jetzt auch noch keinen Mutanten gesehen. Ist es wieder so, dass man erst eine gewisse Zeit in der Welt... In der Welt einfach überleben muss. Bis halt dann die Mutanten kommen. Ich glaube, so war es ja im Vorgänger geregelt. Oh, ein Häschen. Häschen, bleib stehen. Alter, das ist aber ein Mordsbrocken, du. Und es ist weg. Oh, Bambi. Bambi, bleib stehen. Ich bin schneller als Bambi. Aber Bambi hat mehr Ausdauer. Bambi hat einfach mehr Ausdauer. Aber hier meine Buschfreunde, die... Ne, die bleiben dran. Boah, ist das Spiel sexy. Man muss es auch mal loben. So, kleiner Bärensnack. Alles klar, Mädels. Sorry, ich bin vergeben. An meine Axt. Ich führe eine romantische Beziehung mit meiner Axt. Deswegen sorry, Mädels. Aber das wird nichts mit uns. Meine Liebe gebührt voll und ganz meiner Axt. Boah, sind das weite Wege. Das sind echt weite Wege, Freunde. Erstmal eine Runde schlabbern. Ich hoffe wirklich, es lohnt sich. Ach ja, und die Leute haben mir geschrieben, du kannst auch alles töten. Du kannst K-Fat töten. Dann ist der weg, wenn du keinen Bock auf den hast. Wenn du sagst, will ich nicht, brauche ich nicht. Weg mit dem. Du musst ihn sogar gar nicht aufheben. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil... Das Spiel verlangt es ja nicht von dir. Es bietet es dir ja nur an. Und du kannst wohl auch die dreibeinige Lady töten. Und wenn die dann tot ist, dann ist sie halt auch wirklich weg. Die spawnt nicht mehr wieder oder sonst irgendwas. Zumindest besagt es die Legende. Der dreibeinigen Dame. Okay, hier irgendwo... Wir zoomen mal rein. Soll irgendwas sein. Irgendwo hier soll irgendwas Wichtiges sein. Aber wo? Oh, hier. Alright. Alright. Ich bin bereit. Gehen wir rein. Was ist da wohl drin? Was ist da wohl drin? Erstmal super dark. Uff. Leute. Okay. Du denkst, jetzt kommt die nächste Höhle. Und es ist keine Standard-Höhle, sondern... Ein unterirdischer Bunker. Alter, wie groß ist das Ding denn, bitteschön? Was haben wir hier? Ein Buch. Parallelwelten. Ein Buch. Parallelwelten. Wo ist das denn? Hier. Moment mal. Tim? Tim? Leblanc? Hieß Matt Leblanc? War das nicht sein Vater? Und Tim? Der kleine Timmy? Timmy Thompson? Timmy? Das war doch der Boy. Das war doch der Sohn. Ja, krass. Und der hat ein Buch geschrieben. Also lebt er doch noch. Also ist das offizielle Ende das, wo er seinen Sohn rettet. Weil sonst hätte er ja kein Buch geschrieben. Der war ja damals ein Kind. Außer es war ein super krass hochintelligentes Superkind. Eui, was ist das denn? Kohlefaserpfeile. Armbrustbolzen. Und... Religiöser... Orgien-Kreuz-Irsinn. Also ist das doch alles verbunden mit Teil 1. Was finde ich denn eigentlich hier immer? Ach, das ist ein 3D-Drucker. Yo. Ich kann den betanken. Okay. Pfeile kann ich hier drucken? Eine Trinkflasche? Eine Maske? Bruh. Du sagst es. Eine Maske? Enterhaken. Ah, schau mal hier. 250 Milliliter kostet so ein Ding. Du brauchst 10 Stück. Dann bist du komplett ausgestattet und bist der Techman. Ein Schlitten. Oh, der Schlitten ist aber sauteuer, ne? Mit einem Taui. Ich will die Maske. Ich will irgendwie die Maske. So, entspann dich. Leg dich zurück. Und sieh zu, wie eine Maske gedruckt wird. Yo. Das ist ja nice. Ey, wie geil. Boom. Einfach mal eine Maske gedruckt. Eine rote Maske. Kann ich mich... Guck mal, früher konnte man doch in Teil 1 sich Blut ins Gesicht schmieren. Jetzt hat man hier die Maske. Ob das funktioniert? Weil das mit dem Blut hat auch nicht immer funktioniert. Muss man fairerweise sagen. Ich meine, ich habe ja noch 1000. Ey, soll ich einen Schlitten machen? Ich meine... Die Trinkflasche wäre auch noch ziemlich geil. Ah, komm. Ballern wir den Schlitten? Let's go. Let's go, meine Freunde. Ey, der baut sich hier wirklich so einen kleinen Bob. Uff. So viel zum Thema klein. Das Ding ist ganz schön groß. Das ist doch garantiert ein Zweiteiler. Alter, wie krass. Ey, kann ich damit... ...einen Wasserfall oder sowas runtersliden? Ein Staubsauger. Boah, der läuft noch. Der läuft noch, der kleine Racker. Ja, cool. Okay, wo geht's denn hier hin? Leck mich. Ist das heftig. Eine Uhr. Okay, irgendein Magazin. Reiche Leute-Handtaschen. Und wir benötigen natürlich mal wieder eine Keycard, ne? Hört ihr das? Da kommt lässige Musik raus. Ist das das Spa? Ist das Ganze hier vielleicht so eine Art Erlebnishotel? Und da drüben ist das Spa? Weil wenn, ja, dann hätte ich ganz gerne jetzt den Erlebnisurlaub. Mit Spa natürlich. Klar. Entspannung muss sein. Zwischen all der Action und der Kannibalen abschlachten, da muss man sich natürlich auch ein bisschen erholen. Das ist ja ganz logisch. Das ist ja ganz logisch. Okay, das sind einfach nur leere Kisten. Gut, das war eine kleine Höhle, die aber ja noch nicht unbedingt zu Ende ist. Denn hätte ich jetzt eine Keycard, käme ich in irgendeinen krasseren Komplex rein und könnte, weiß Gott, was da drin finden. Super spannend. Super mega spannend. Nimm mal die große Axt und hol mal wieder hier deinen Deinen Piepmatz raus. Ja, und da oben ist dann halt auch noch eine richtig dicke Höhle. Aber ich weiß nicht, ob ich für eine richtig dicke Höhle jetzt schon ready wäre. Und wie funktioniert der Schlitten? Kann man da vielleicht irgendwie so einen Fluss runter sliden? Das ist ja eigentlich wie so eine Bobbahn, das Ding hier, ne? Und ich passe auch überall gut durch. Das wäre natürlich geil, wenn man dann auch so Richtung Meer einfach einfach sliden könnte. Ich teste das jetzt. Oder einfach hier runterrutschen. Wo ist der Schlitten? Kein Schlitten. Klamotten. Schlitten. Da ist er. Ja, und wie verwende ich den? E? Oh. Yes. Wow, 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 wow. Okay, das ist, das ist witzig. Wuh. Ich bin im Wasser drin. Ne, das funktioniert schon mal nicht. Na, Jungs? Habt ihr auch Bock auf Schlitten? War es, war es klug, den Schlitten zu machen? Ich hab mein ganzes Harz da reingepumpt. Mein gutes Harz. Alles steckt drin. Yeah, Baby. Komm schon, da geht noch was. Nein. Aber, ich konnte doch, glaube ich, sogar eine Bahn bauen. Ich meine, ich hätte da irgendwas gesehen. Ich meine, ich hätte da irgendwas gesehen, dass ich das machen kann. Leider schwimmt das Ding nicht. Das wäre natürlich richtig geil, weil mir ist aufgefallen, hier ist ja so ein großer, breiter Fluss, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der sich komplett durch die ganze Karte zieht. Klar, oben im Schnee. Schlitten funktioniert natürlich noch besser im Schnee, aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass dieser Fluss halt wirklich einmal durch die ganze Karte geht und es wäre natürlich mega geil, wenn ich jetzt einfach mal mit dem Schlitten hier so runter könnte. Aber der ist leider zu tief. Und klar, das Ding schwimmt mit mir drauf nicht. Das ist natürlich logisch. Aber es wäre cool. Brauche ich halt einen Kajak. Okay, was meint ihr? Der K-Fat hat ja eine Menge geleistet. Boah, die Strömung. Die ist richtig kräftig. Durchatmen, Kumpel, durchatmen. Aber das ist eine relativ harmlose Gegend, finde ich, in der wir uns hier gerade befinden. Im Vergleich zu anderen Regionen. Das ist relativ harmlos. Klar, hier rennen auch ein paar von den kleinen Busch-Bubis rum. Die machen halt ihren ihren Kram. Ich glaube, die wirst du auch überall antreffen. Vielleicht nicht im Schnee. Vielleicht da nicht. Aber sonst, denke ich, wirst du die überall antreffen. Und von daher... Aber cool, dass wir jetzt eine Location haben, wo ein 3D-Drucker ist. Eigentlich wäre es richtig klug, so eine Basis in der Nähe des Druckers zu haben. Aber auf der anderen Seite, du findest ja das Harz verstreut, jetzt hier auf der ganzen Karte. Und so oder so wirst du dich halt bewegen müssen. Und so weit sind wir jetzt auch noch nicht weg von dem Drucker. Es geht. Es hält sich alles noch in Grenzen. Also ich finde, zentral ist man dann doch irgendwie immer am besten dran, was die Location angeht. Und du hast ja eh den Vorteil, es gibt keine Kisten in the Forest. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zwischenzulagern. Du hast alles in deinem Inventar. Und so gesehen, ja, hast du dann auch nie irgendwie... Oh, der ist ja schon richtig weit. Kayfet. Du Schlawiner. Du tüchtiger, tüchtiger Mann. Lass den Baum bitte stehen für die Atmo. Kann man sowas hier auch zerlegen? Man kann's, aber es gibt kein Holz. Kayfet. Respekt. Da wird's jetzt kein Stress, oder? Kush. Boah, die Axt ist richtig nice, die wir gefunden haben. Das ist die, die bessere, die mehr Schmackes hat. Und die ist auch an sich, finde ich, recht schnell. Oh, sorry, Kayfet. Voll den Baum in die Fresse. Ja, Wahnsinn. Der Junge knüppelt's durch. Jetzt guck ich mal, kann ich hier eine Anbindung machen? Vielleicht geht's noch nicht, weil das Ding nicht fertig gebaut ist. Weißt du was? Zusammen sind wir stark, mein Sohn. Ich helf dir. Ich helf dir, Junge. Es hat nur die große Frage, wachsen Bäume nach? Oder hab ich irgendwann hier wirklich alles gekillt? Weil es wäre richtig ekelhaft, wenn Bäume halt nie, nie, niemals nachwachsen. Das war ja auch immer so eine Sache von Teil 1. Mal ja, mal nein irgendwie. Damals haben wir das mit Konsolenbefehlen dann gemacht, kann ich mich noch erinnern, dass die Bäume halt wieder gespawnt sind. Was natürlich auch wieder Probleme gemacht hat, weil du irgendwann auch so ein bisschen vergisst, wo stand denn eigentlich der Baum, ne? Und plötzlich realisierst du, ach, der Baum, der stand quasi da, wo jetzt mein Zuhause ist. Ne? Und ist nicht optimal, das mit Konsolenbefehlen zu regeln. Ich weiß nicht, wie es in späteren Versionen war. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber am Anfang kann ich mich noch gut erinnern, weggerotet war weg. Ja? Tod war tot. Weg war weg. Ist nichts gekommen. Aber, wie gesagt, ich kann es nicht mehr sagen, wie es in späteren Versionen war. Das kann ich leider nicht mehr sagen. So, Kumpel, wie läuft's? Stabil, oder? Ich finde das so geil. Er haut das Ding irgendwie auch mit der Axt so in der Hand. Dagegen spaltet das. Er ist irgendwie so ein Übermensch. Was war denn das? Ist ja gerade jemand in den Büschen getarnt und versteckt. Das könnte eine richtig schöne Hütte werden, wenn das jetzt funktioniert mit dem Anbau. Damit muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber K-Fat, der leistet auf jeden Fall seinen Beitrag. Er hat Wohnrecht. K-Fat, du darfst auch in der Hütte wohnen. Allgemein finde ich, es gibt noch ein bisschen wenig Bauzeug und wie es scheint, kann ich wirklich den Tieren nicht den Kopf abschlagen. Was für mich persönlich schlimm ist. Ja, es ist ein wichtiges Feature. Es ist ein wichtiges Feature. der lehnt das Ding an und haut dann einmal mit der Axt drauf und bäms. Du hältst dich auch für den Coolsten, ne? Du hältst dich auch für den Coolsten. Was macht K-Fat? So, hier ist noch ein Stamm. Aber ich glaube, ein Baum muss noch weg. Außer er holt jetzt halt nochmal hier was. Oinks. Ey, yo. Läuft nicht so gut, Alter. Jetzt muss ich natürlich die Mitte dann irgendwie spitz höher bauen. Also, Bausystem ist bei mir noch komplett Experiment, ja? Ein soziales Experiment. Aber ich hau mal hier drüben noch einen Baum weg. Nehmen wir den hier. Der sieht eh schon so mager aus. Oh, die Axt. Ich liebe sie. Baum! Wollt! Wunderschöne Gegend, in der ich hier mein Zuhause aufbaue. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mann. Ähm, nein. Es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt halt nur die Frage, äh, ab wann... Ech, ich mach ihn kalt. Also, die gehen mir so auf die Nerven, die kleinen Racker hier. Schwimmt da noch Holz rum? Okay, Fett. Nicht das gute Holz hier liegen lassen. Jetzt halt nur die Frage, ähm... Und wie das abläuft mit dem Boden. Ob ich da dann immer so eine... Wahrscheinlich muss ich so machen. Und jetzt so. Und jetzt halt die Mitte. Wir können doch alle harmonisch zusammenleben. Es muss doch nicht in Gewalt enden. Wo waren hier noch Baumstämme? Hier. Ja, ich bin nachhaltig. Weil ich Natur eben nicht hasse. Ich mach dann auch mal so eine große Feuerstelle. So, einfach rüberwerfen, die Dinger. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier Boden bauen können. Okay, Fett chillt. Na gut, hat er sich verdient. Er hat ja auch eine Menge geleistet. Ja, geil. Aber hier fehlt noch eins. Eine Latte fehlt. Jetzt kommt die große Frage, ob er so gut connectet. Hammermäßig. Da haben wir aber heute auch wieder viel erlebt. 3D-Drucker, Maske gedruckt, Schlitten gedruckt. Boah, hier gibt's Schildkröten. Die esse ich so gerne. Sind so verdammt lecker, die Dinger. Den Baum bitte nicht fällen, Kayfett. Ja, den find ich irgendwie gut. eins bleibt übrig. Ja, perfekt. Ja, absolut perfekt. Warte, gib mir mal das hier. Das kann jetzt aber nicht hier irgendwie die Wand. Das wird halt auch nochmal eine Sache. Na, werden wir sehen. Das war's nämlich erstmal wieder mit der Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen und tschö.